Jo, willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Video. In diesem Video werden wir die Kreativtabs oder die sogenannten Itemgruppen, wie sie neuerdings genannt werden, behandeln. Und ja, die sind ganz praktisch, denn wenn wir dann Items oder Blöcke hinzufügen, ist das immer schön, wenn wir die uns direkt aus dem Kreativinventar holen können und dafür nicht immer suchen müssen. Oder mit dem GIF-Command die uns holen, deswegen ist das ganz praktisch. Gut, das geht auch ziemlich schnell. Und zwar brauchen wir am besten ein neues Package, und zwar wo wir so ganze Initialisierungs-Klassen reinbauen, so statische Klassen, die alle Instanzen von zum Beispiel einer Itemgruppe halten, von Blöcken, Items, was auch immer. Dafür machen wir ein neues Package und das nennen wir init. Und in dieses init-Package machen wir jetzt eine neue Klasse für unsere Itemgruppe und die nennen wir die TutorialItemGroups oder so. Und ja, jetzt haben wir hier eine neue Klasse und dort müssen wir jetzt eine Itemgruppe rein speichern. Das geht auch relativ einfach. Man könnte das auch als, ja, anonyme Klasse hier drin machen. Ich mache dafür mir gerne eine neue Klasse und zwar kommt die ins Package ItemGroups und die nennen wir dann zum Beispiel TutorialItemGroups. Und diese muss dann eben aus der ItemGroup erben. Das ist eine Klasse, die eben schon so ein paar Sachen definiert und eine Itemgruppe halt darstellt. Und das geht relativ einfach mit ExtensItemGroups. Und zwar hier das da. Das ist wichtig. Dann brauchen wir diesen Konstruktor mit nur einem String. Und dann müssen wir noch eine abstrakte Methode implementieren und zwar nämlich der ItemStack, der angezeigt werden soll. Dort können wir auch eine Annotation add only in site.client drüber machen. Ne, äh, dist.client heißt das neuerdings, sorry. Ja, das bedeutet, dass die Methode nur im Client geladen wird. Das ist nicht so sinnvoll, aber machen die anderen auch immer. Deswegen sollte man das hier auch machen. Gut, äh, den Label können wir jetzt hier übergeben lassen oder direkt angeben. Wir können eigentlich auch hier direkt angeben und zwar nehmen wir das zum Beispiel einfach Tutorial. Und damit ist gut. So, hier müssen wir natürlich ein ItemStack zurückgeben. Das geht auch relativ einfach. Wir machen einfach NewItemStack und dort müssen wir uns einen ItemProvider übergeben. Das ist ein Block oder ein Item. Können wir beides hernehmen. Da müssen wir jetzt nicht mehr irgendwie Konvertierungen machen. Das ist relativ schön. Ähm, ja, ähm, wir können auch unsere eigenen Blöcke und Items hernehmen. Da werden es natürlich keine haben, können wir das nicht machen. Aber jetzt nehmen wir hier zum Beispiel einfach Blocks.Stone her. Okay, ja. Gibt viele Steine. Nehmen wir einfach mal den Chiseledrand Sandstone oder so. Ist ja egal. Ähm, ja. Dann, äh, haben wir das hier. Dann können wir von sich hier wieder in diese Klasse gehen. Und dann müssen wir eine Instanz davon irgendwie erzeugen. Und das geht relativ einfach. Wir machen einfach eine Variable. Die sollte am besten Public und Static natürlich sein. Und eigentlich Final, weil wir wollen die nie verändern, die Referenz darauf. Und die nennen wir, also, ist vom Typ Tutorial Item Groups und, äh, äh, Tutorial Item Groups, sorry. Ganz wichtig, das Essen nicht, weil wir wollen nicht diese Klasse hier irgendwie erzeugen, sondern unsere neue Item Gruppe. Die nennen wir zum Beispiel Group. Ist gleich New Tutorial Item Group. So, und jetzt haben wir hier eine erzeugte Referenz und eine Variable drauf. Und von der, auf die können wir jetzt überall drauf zugreifen, von überall. Und die können wir dann für unsere Items und Blöcke hernehmen. Im Moment ist da natürlich nichts drin, deswegen wird man da auch nicht sehen. Äh, ja. Jetzt sollten wir noch die Language Datei machen. Die haben wir noch gar nicht erstellt, die werden wir gleich erstellen. Und zwar ist es ein bisschen blöder, weil da steht ja immer ein Text drunter. Und sonst steht da nämlich Item Group Punkt und, äh, der Name, den wir da angegeben haben. Und das ist nicht ganz so schön. Deswegen, äh, können wir das deutlich schöner machen. Und zwar, äh, gehen wir dafür in das Source Package. Nicht unter Test, sondern hier unter Source. Und dort brauchen wir ein neues Package. Und zwar muss das Package mit Assets anfangen. Dann muss eure Mod ID kommen. In meinem Fall ist das Tutorial Mod. Und dann Punkt LANG. So, und dort müssen wir jetzt eine neue Datei erzeugen. Und zwar, äh, File, ja. Und zwar nennen wir die Datei en-us.json. Ihr könnt da garantisch jeden Sprachcode hernehmen. Also es geht de-de für Deutsch oder fr-fr oder so, glaube ich, für Frankreich zum Beispiel. Also da geht ziemlich viel. Ihr könnt einfach nachschauen in den Minecraft Default Dateien, wie die alle heißen. Und ja, auf jeden Fall, die Default Datei ist immer en-us. Deswegen sollte man die immer erstellt haben. Denn in Englisch, ja, normalerweise sollte jeder Mod in Englisch irgendeine Sprachdatei haben. Gut, dann erstellen wir diese Datei. Und das ist jetzt nicht mehr eine LANG-Datei wie vorher. Das heißt, einfach so eine Key-Value-Zuweisung an sich. Sondern das ist jetzt eine JSON-Datei. Eine JSON-Datei ist immer so aufgebaut. Wir haben hier geschweifte Klammern auf, Klammer zu. Und die ist jetzt relativ einfach aufgebaut. Und zwar haben wir jetzt hier einfach nur eine Art, ja, auch in Anführungszeichen Art Key-Value-Zuweisung. Und zwar kommen hier Anführungszeichen hin. Da kommt dann der Key rein. Da machen wir Doppelpunkt. Und dahinter kommt der Value. Wenn wir jetzt hier mehr als 1 rein speichern würden, müssten wir hinterher noch ein Komma machen. Und dann das Gleiche. Und beim letzten halt kein Komma. Also das ist an sich der Aufbau der JSON-Datei. Und ja, was ist jetzt der Key dafür? Das ist Item. Dann G groß. Group. Tutorial. Und der Name hier können wir uns ausdenken. Keine Ahnung. Tutorial. Tab oder so. Ist ja egal, wie wir den nennen. Dann bedanke ich mich für das Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.